Moin, wir sind Jagosh, Joey99 und Julio MC, der kiffende Teil der Glenn Gang und wir sind heute bei Hotbox. Insgesamt besteht die Glenn Gang aus, sagen wir mal, neun Leuten. Das ist producermäßig gesehen OBs, Platzpatronen und bestiale Beats. Und dann kommen die Rapper dazu, wie schon gesagt, Joey99, Jagosh und ich, Julio MC. Heute fehlen leider Kilian437, Johnson104 und ODG. Also, Probleme gibt es eigentlich nicht unter uns so, was das Kiffen angeht, aber Johnson ist da sehr anti, der hat da mal eine ganz, ganz schlechte Erfahrung gemacht und zieht sich jetzt immer so eine Maske auf. Ja, immer wenn wir sitzen und smoken, dann kommt er immer und trägt seine FFP2-Maske im Raum oder flüchtet ans Licht. Oder, genau, so ist das. Ich hatte Physikunterricht und musste auf jeden Fall kotzen. Und ja, dann war das halt so gewesen. Doch, doch, ne, im Klassenraum direkt. Ich lag auf dem Tisch, hab den Kopf so die ganze Zeit gelegen gehabt und hab dann irgendwann nach oben geguckt und hab gemerkt, no. Und dann ging's ab. Ich hatte aber auch einmal einen Kollegen, Dicker, der relativ früh noch, das war 8. Klasse oder so, der da auch in seinen Ranzen gereiert hat. Vorher ist er noch voll abgegangen und war so, oh, ich spül gar nix. Und dann fünf Minuten später war er so, oh, schlag mich und so. Und überhaupt nicht klar gekommen. Da hat der Ethikunterricht alles voll gereiert. Aber für uns war lustig so. Bei uns war cool. Ich hab auch mit 13 angefangen zu kiffen. Was ist deine erste Erfahrung? Wir haben gehockt bei ein paar älteren Dudes, wie es manchmal so ist, beziehungsweise meistens. Und dann hat er eins zum anderen geführt und dann hab ich da auch mal ein paar Mann angezogen. Und dann eine halbe Stunde später hab ich Kinderbons von der Straße aufgesammelt, die mein Kollege mir hingeschmissen hat, weil ich so eine super Klatsche war. Was war bei dir? Meine erste Erfahrung, 13, Landhaus beim Kumpel. Wir gehen da rein und er holt seinen Riesenbon raus, komplett braun. Mit so viel Braun, boah, das war freudig. Und jetzt Kraut, die Riesenschale mit voller Zeug. Das sah nicht mal wie Cannabis aus, aber es war welches. So ein Teil, stopfen uns die Köpfe da rein. Plötzlich... ...drehen. Geht an die Schublade. Unter dem Ort. Und holt eine Strap-on-Dildo von den Eltern und eine Doppel-Dildo raus. Und fängt an, da zu peitschen. Oh. Shoutout. Shoutout. Ja, das war meine erste Erfahrung. Mir ging's gut. Viele erste Erfahrungen auf einmal gemacht. Ja, ja. Viele erste Erfahrungen. Also ich hab hier so einen Leckerschmecker. Das ist Cherry Punch. Ist auf jeden Fall eine Kusch-Sorte. Und ist auf jeden Fall was sehr Schönes, ne? Ja, so gerne so Richtung Kusch und Normales. So schöne Sachen einfach, die gut schmecken. Ähm, ich hab früher gerne viel Haze geraucht. Aber ist halt so diese Klatschefettnis einfach, da hab ich nicht unbedingt mehr den Tern drauf. Also bei mir wird geraucht, was auf den Tisch kommt. Ja, pfff. Come on, jetzt. Also so eine Hecke Shit oder so Schuhcreme-Haschen muss ich mir auch nicht geben. Aber ansonsten kommt schon weg. Bei mir kommt nichts um, sagen wir mal so. Also ich hab zum Beispiel viel natürlich immer draußen gekifft, weil man es ja von zu Hause verstecken musste. Tja, klar. In jungen Jahren, ne? Wow, hoppala. Ähm, ich hab viel heimlich zum Beispiel am Fenster immer abends nachts geraucht, weil mein Dad schon geschlafen hat. Ich hab mich immer aus dem Fenster rausgelehnt und dann halt immer abgesmoked und sonst halt immer draußen. Das war halt irgendwie schon mal normal so. Wir haben halt uns halt getroffen geguckt, wo man halt was klären kann damals so mit 13, 14, 15 so. Dann hat man sich halt, weiß ich nicht, seine 10er, 20er damals immer geholt und dann hat man die halt bis morgen so. Ja, same Shit. Also bei mir war vor der Schule erste Pause, zweite Pause nach der Schule, kurz nach Hause, Katze füttern und dann schnell wieder abgehauen und dann so weitergemacht. Ja, Arnold, rest in peace, Alter. Arnold, rest in peace. Beste weibliche Katze, die man haben konnte. Da war weiblich, dass Arnold gerade geschweigen hat. Das war die stärkste Katze im ganzen Wurf und dann haben die sich gedacht, die muss jetzt Arnold heißen, so nach Arnold Schwarzenegger mäßig. 17 oder sowas, also so vier Jahre später hat es dann bei mir angefangen. Vorher war ich eigentlich immer chill und hab das so ein bisschen mit rausgehen und rumlungern verbunden und dann irgendwann, als man dann nicht mehr so richtig einschlafen konnte oder nicht geraucht hat, dann hat man das halt auch mal alleine gemacht. Also ich rauch zum Beispiel am liebsten eigentlich mit Tip, ganz normal. Natürlich auch mit Aktivkohlefilter ist auch mal ganz gut. Ja, auf jeden Fall ganz wenig Tabak auf jeden Fall. Ich mach da keine Abstriche. Mein Pape kann ganz bleiben. Ein bisschen mehr Tabak kann bei mir auch rein und kann man ein bisschen länger rauchen. Ein bisschen besser einschätzen, wenn man keinen Bock mehr hat. Ich hab mir neulich von Osama hier die Folge von euch angeschaut. Der hat ja auch gesagt irgendwie, dass er den dann erstmal zur Hälfte raucht und dann so liegen lässt und so ein bisschen Fernsehen guckt. So ist es bei mir auch auf jeden Fall. Naja, also wir können ja mal vergleichen so. Ich würde sagen, wir können alle schon Doobies bauen, die stehen. Also ich weiß nicht. Nein. Funktioniert aber, brennt alles. Ach, Hauptsache rauchbar oder nicht? So ist es, so ist es. So lange es schmeckt. Safe call. Alter, da hab ich ne Story zu, Digga. Augentropfen. Pass mal auf. Und zwar, wir haben ja früher auch oft am Teute abgechillt, wie die Teute Records Jungs. Wodurch wir damals natürlich auch so ein bisschen in Kontakt mit denen getreten sind. Und damals am Teuteburger Platz, als da noch der Kaiser stand, Kaisers Tengelmann, hat PTK da gearbeitet, Tatsache. Hier aus dem, wie heißt das, Bombenprodukt, aus der Bombenprodukt-Crew. Und wir waren einmal so Klatsche und haben so fertig ausgesehen, dass der uns dann Tatsache im Laden angesprochen hat. Ey Jungs, kennt ihr Brokkolin oder sowas? Und der hat uns das dann empfohlen und dann haben wir uns das geholt und gecheckt, das funktioniert und so. Natürlich hat das ja auch nur, das hat auch nur das erste halbe Jahr funktioniert, dann hat es irgendwie nicht mehr gebracht. Aber ja, damals hat man das ab und zu mal gemacht natürlich. Man wollte ja seinen Eltern dann doch nicht zu viele Sorgen bereiten und so weiter. Ja, für die Schule ist auch praktisch. Nicht in der Schule kiffen. Also es war ja, früher war ja Prenzlauer Berg so ein Arbeiterviertel gewesen, wo halt die ganzen Arbeiter, aus Berlin halt, Arbeiter gewohnt hatten. Und halt waren ja damals die Wohnungen, viel Wohnraum sag ich mal, viel gespart und so. Mit diesen Außentoiletten auch zum Beispiel, dass man halt viele Leute in den Wohnungen unterbringen kann. Bei uns, bei meinen Eltern im Haus, haben die Leute auch noch Außentoiletten auf jeden Fall teilweise. Zum Beispiel sein Haus mit fünf, wie viel hinterher habt ihr, vier oder fünf Stück? Vier. Ja, Mann, und das waren halt alles, ja, wenn da halt überall Berliner waren natürlich, ist es halt auch viel mit diesen ganzen Identifizierungskarten und sowas alles. Hat sich auf jeden Fall sehr verändert. Es ist definitiv ein Szenebezirk, sag ich mal, geworden, wie man das nennt. Man muss auch sagen, für die anderen, du hast gerade gesagt, für die anderen ist es meistens so ein Mutti-Yoga-Bezirk. Für uns ist es ja am allerschlimmsten so, wenn du halt damit aufwächst, dass es eigentlich noch chillig ist und dann musst du irgendwie damit klarkommen, dass du nach fünf Jahren aus der Tür rauskommst und dann hast du ja erstmal 2000 Touris vor der Nase. Das ist natürlich auch, sind wir am Ende die, die gefickt sind, ja. Aber keine Ahnung, man kommt ja miteinander klar, sind ja alles nette Menschen. Natürlich sind wir die Rette des Pilgriffs, was den Hip-Hop angeht. Obwohl wir natürlich auch schöne Vorreiter haben, die Besten überhaupt. MXM und Pawel, MC Bomber, wen noch? Da gibt's einige, Alter. Generell auch heute Rekords ja mit im Bunde. Alle mit im Bunde und Samo104 auch für mich einer, der, wenn man das dann so weiter fortführen will, safe einer, der dazugehört zu den Rettern des Paybacks. Und ja, können wir jetzt eine ganze Liste aufzählen, aber das sind so die Main-Character, also MXM und Pawel, MC Bomber, Tiger, Nzulfira, Shoutout. Generell die ganzen Nordachse-Leute. Auf jeden Fall die Vorreiter für uns und die, die das auch stark geprägt haben, diese Hip-Hop-Szene in Press-Fallberg, würde ich sagen. Also ich kann was ganz Witziges erzählen. Also ein Kumpel von mir, der malt auch Graffiti so. Und das ist mir persönlich nicht passiert, das ist halt ihm passiert. Der hat damals, wollte er was bei einem Kumpel klären. Also über einem Kumpel irgendwie, ich weiß nicht mehr genau. Und wie alt waren wir denn da? Er war so 14 oder so 15 damals gewesen. Dann hat er sich halt mit dem getroffen. Die haben halt so schnell Up-Check einfach gemacht. Und dann ist mein Kumpel nach Hause gegangen und hat halt einfach Brot da drin gehabt. Das ist schon eine miese Nummer, Alter. Ja, aber sowas ist auf jeden Fall schon ein paar Mal passiert. Ich habe auch einen Kollegen, Shoutout, Alter. Beziehungsweise einen alten Bekannten. Und der hat sich auf jeden Fall das ein oder andere Mal Laub andrehen lassen, so. Aber ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wenn du anfängst zu kiffen, wirst du natürlich auch mal Finesse so. Aber in letzter Zeit sind da die Kontakte eigentlich so, dass man sich da keine Gedanken machen muss. Oh ja. Dekat, Leulich. Ich hatte vor drei Wochen meine letzte Panikattacke. Ich schwöre, kein Spaß mehr. Passt auf, wie viel ihr raucht halt da. Vor allem, wenn ihr auch irgendwie Herzkasper oder sowas manchmal habt. Oder generell psychische Probleme oder so. Dann immer mit Vorsicht genießen, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt ein bisschen, habe jetzt auf jeden Fall deutlich runtergeschraubt. In letzter Zeit so. Also keine Ahnung. Ich bin zum Beispiel so, dass ich viel, also öfters auch mal smoke, wenn ich abends halt meinen ganzen Scheiß gemacht habe. So wenn ich fertig bin mit einem. So quasi wie manche Feierabendbierchen trinken oder so. Brauche ich dann quasi dann mal einen Feierabend, scheint einfach zu Hause. Also. Gibt es natürlich aber auch Tage, da raucht man natürlich mehr. Auch tagsüber und so. Aber es. Ja, muss sich halt jeder irgendwie selber darüber im Klaren sein. Solange man halt seine Scheiße geregelt bekommt und so. So kann dir eigentlich nichts am Weg stehen. So dann ist ja immer dein eigenes Ding so. Also ich kiffe nicht vor der Arbeit auf jeden Fall. Vor der Arbeit nicht kiffen. Wenn ich mich mit Leuten treffe, mit denen ich mich so ordentlich unterhalten will, die selber nicht rauchen, dann davor auf jeden Fall auch nicht kiffen. Sprich Eltern, Geschwister oder so. Ansonsten. Ab auf die Couch und Rinder mit, Alter. Besig wichtig das Sache. Früher haben wir viel gemacht, wenn wir voll raus waren. Wir haben auch schon ein paar verschiedene Studios jetzt gearbeitet, beziehungsweise sind ein paar mal umgezogen. Und hatten da mit vielen anderen Künstlern zu tun, die bekanntermaßen auch immer ein bisschen crazy unterwegs sind. Und ja, keine Ahnung. Also dadurch haben wir dann schon wilde Sessions gehabt. Teilweise so anderthalb Tage durch. Voll auf Pep und Alk und was weiß ich, Alter. Aber jetzt mittlerweile treffen wir uns, dann rauchen wir einen, trinken zwei Bierchen und dann läuft das eigentlich. Also da kann man jetzt nicht so wirklich vom Pegel sprechen. Das ist dann mehr so eine solide Gelassenheit, die man sich da rein konsumiert. Also es kommt halt immer drauf an, ne? Also jetzt nicht immer unbedingt. Also ich muss jetzt nicht immer, wenn ich trinke oder so. Äh, wenn ich jetzt brauche, meine ich, muss ich nicht immer dabei trinken oder anders. Und genauso. Aber jeder wie er Back hat so. Ich mach die Scheiße nicht auf jeden Fall. Fest darauf. Ich muss mich nicht rausschattern. Wenn ich saufen will, will ich saufen. Wenn ich kiffen will, will ich chillen. Was soll ich machen? Also bei mir ist immer volle Möhre. Volle Möhre. Gebe ihm alles, was da ist. Wenn's denn drauf ankommt. Also ich bin jetzt auch nicht mehr so oft so wild unterwegs. Aber wenn, dann richtig auf jeden Fall. Wurde da noch nie so richtig erwischt. Vielleicht haben, sind ein, zweimal welche vorbeigefahren und haben mir gesagt, mach den Joint aus. Du Lausbub. Aber ansonsten. Boah, ich hab einmal dieses, was die immer in diesen Spätis haben. So irgendein Kumpel von mir hat das auch mal gekauft. Für so ein Zehner halt halt dieses Zeug. Und das war auf jeden Fall echt richtig ekelhaft. Es hat richtig scheiße gerochen und hat richtig scheiße geschmeckt. Und ich glaub eh, wenn du Kiffer bist, wenn du jeden Tag kiffst, dann, ich weiß nicht, ob das so viel Nutzen dann für dich hat. Gibt natürlich bestimmt Leuten, denen's helfen kann irgendwie, aber ich glaub, wenn du jeden Tag high bist, dann macht das glaub ich nix mit dir so. Dimmitroff. Dimmitroff. Sehr schönes Album. Glengeng. Produziert bei Obis, Blattpatron und Lotus Effect. Beste Jungs. Ich danke euch dafür. Modem ist auch dabei. Modem ist auch dabei. Danke dafür. Das Recht. Für immer. Bester Track. Was kann man noch über dieses Album sagen? Dicker, hört einfach rein, Alter. Das ist echt nicht so schwer. Geht auf Spotify, checkt den Scheiß. Und wenn's euch gefällt, dann folgt uns unseren Shit. Das war Glengeng 030 bei Hotbox. Es hat uns sehr gut gefallen. Checkt unsere Mucke aus. Lasst Liebe da. Und bis dahin.